mal gucken wie lange zugabe ja herzlich willkommen noch mal zu sag mal tv ich bin eric und das hier ist aber noch carlo hackenberger der synchronsprecher wir befinden uns immer noch im synchronstudio und man sagt ja dass synchronsprecher gut sprechen müssen ja also also gut und teilweise auch sehr schnell oder auch und verrückte sachen wahrscheinlich auch umständliche satzbauten weil es nun mal anders nicht geht liest doch heute den ersten teil vor sensitive selektions simulatoren sondieren sogar sekundär strukturierte senne sonar selektoren sogar sekundär strukturierte senne sonar selektoren sondieren sensitive sektionssimulatoren na gut aber da gibt es andere tolle sätze sag du mal der potsdamer postkutscher perast RS��skiYa stand oder der potsdamer postkutschkasten der potsdamer postkutscher putzt den potzdamer postkutschkasten oder der kotboxer postkutscher und der kotpasser postkutscher putzen die potzdamer und die koppenwasserpostkustkästen war schon Pvd zwischen 28 zwei zwitschern zwei Schwalben. Zwischen zwei was? Zwetschgenzweigen. Zwischen zwei Zwetschgenzweigen. Zwitschern, zwei Schwalben. Zwitschern, zwei Schwalben. Ja. Oder was auf dem Papier gar nicht so schwer aussieht, häng ihm den Umhang um. Häng ihm den Umhang um? Nimm ihm den Umhang ab. Was? Nimm ihm den Umhang ab. Ja, aber schneller. Das muss schnell gehen. Außerdem bist du außer Atem, weil du hast den Boxer gerade und du bist der... Nimm ihm den Umhang ab. Siehst du, genau. Brauchen wir noch eine Aufnahme, können wir so nicht nehmen. Noch eine? Also das sind so die... Sieht aufs Papier, es ist kein schwidriger Satz. Und trotzdem ist so, ich kriege ihn nicht raus. Hier ist ihr Thunfisch-Sandwich, Sergeant Smith. Oh Gott, nein. Hier ist ihr Thunfisch... Was war das? Thunfisch-Sandwich, Sergeant Smith. Hier ist ihr Thunfisch-Sandwich, Sergeant Smith. Genau, nun muss es aber locker klingen, weil der Typ kommt vorbei und gibt es ihm und geht wieder aus dem Bild. Oh Gott, ja. Hier ist ihr Thunfisch-Sandwich. Ich muss auch üben, wenn ich hier anfangen will. Wir üben das und dann melden wir uns wieder. Hier ist ihr Thunfisch-Sandwich, Sergeant Smith. Na, gar nicht so schlecht. Okay, kann ich jetzt hier anfangen? Und dann kommt man so langsam rein. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.